So, jetzt. So, weiter geht's. Ich hab's nichts mehr. Ah, ne, ich hab das gleiche, Barti, was du aufgedeckt hast. Nee, du musst mal mal von mir gucken, oder? Nee. Dann ruf ihn doch mal. Ja, lange nicht. Was? Ist man das nennen? Was? Kann nicht. Kann nicht? Gib mir ein Schaut. Ich hab's Kult. Ich hab's kult. Ich hab's Leben zu Hause. Ich hab's nicht hingeht. Ja, mein Auto steht um das gleiche ständig ein. Sie raus. Davon mag ich, oder? Dann schlägert ihn mit ihm ein bisschen. Ich habe die Anregende was sehen. Ich habe die Anregende. Wie steht hier? Kannst du es gar nicht? Man kann es ja schützen, dass man da nicht ankommt. Simon lebt mich ein. Da ist er doch, da ist er doch, Link. Ich bin jetzt weg, ich bin jetzt gerade in der Person. Und dann musst du mich einladen. Oder? Ja. Ich bin da, bin da. Ich bin da, bin da. Nein. Ich bin da. Oh, das ging aber schnell. Das ist ja komisch. Jetzt sind wir weg. Jetzt sind wir weg. Jetzt sind wir weg. Das machen wir. Das weiß ich auch nicht. Ja, und dann muss ich wieder schießen auf der Treppe. Ja. Ja. Das war, wir müssen ja nie bei Autofahren auch nicht vermitteln. Ich weiß nicht. Nee. Ich versuch. Nee, ich hol es. Ich muss am Leuten auf dem Schluch spielen machen, wenn ihre Munition gekauft hat und sie den Reis verkaufen. Weil wir müssen doch jetzt die Bahn aus der Bilanz laufen. Marokka's doch, ne? Dann hat er nicht, dann hat er nicht die Ecke. Nee. Doch, ich mach doch rein, weil sie sehen wir ja hier drauf. Spielen, doch unten. Nein. Jetzt hast du alle eingeladen. Ich hab gar nichts gemacht. Nee, schnell auf spielen. Ich hab nichts gemacht. Nee, auf spielen. Nix. Hab ich noch verrückt? Obwohl, doch, bitte mal gut, mit ganz vielen. Mit ganz vielen so eine Mission. Ihr macht einfach. Ich hab gar nichts gemacht. Doch, voll mit deinem. Los geht los. Ich weiß ja gar nicht, was ich machen will. Ich hab' nicht. Du gehst jetzt zum anwesenden Rage Man. Ich hab' nicht wahrgenommen. Ach so, ich bin auf der. Ich guck' die ganze Weltkernse. Dein Team Morgen kommt. Ich weiß nicht, dass du es kriegst. Ach, da ist er ja. Bist du im Auto? Dann, setzt sich hier rum? Und geht euch. Ja, ach nee. Der Arschloch, das fährt doch nicht weg. Mit vier, guck mal. Einsteigen. Der Arschloch, das fährt doch nicht weg. Einsteigen. Ich bin dabei. Oh, wieder sieben Kilometer. Oh nein. Ich hab' schon markiert. Oh, oh. Na super. Entschuldigung. So. Die Frauen am Steuer. Ey. Kann besser Auto fahren als die Krüge. Ey. Achtung. Du bist so schnell. Bitte? Du fährst keinen Gelindewagen, ne? Ich schalte mich da halt. Das ist sechs Kilometer mit der Frau am Steuer. Das ist eine Freude. Genau. Ja, hier ist nicht mehr richtige Straße. Das war loschaktiviert. Ich weiß nicht. Oh, der bricht dauernd auf. Das ist immer cool, wie der dir an den Arm rein rausfällt. Bisschen geil aus, ne? Ja. Ja. Zeig den Finger. Ne, das ist nicht. Ich hab' die Waffe in der Nase gleich. Ich hab' den auch noch. Okay. Ich hab' ja noch Schattenfohlen. Oh, ein Stern scheitert. Na super. Hat den wirklich getroffen, glaub. Ja, hast du auch. Äh, dann hängen erstmal die Bullen ab und dann... Das kann ich gar nicht sagen. Das kann ich gar nicht sagen. Das kann ich gar nicht sagen. Ich hab' das Staatsgefängnis gemacht, ne? Okay, oder? Nee, das ist die Ampel. Da war ich noch mal zurück. Okay, was ist alles? Ich hab' das schon, ne? Haha, jetzt wurde mal hier... Ist die ganze Zeit geil. Ja. Ihr habt vorhin gemechert, wo ich den LKW gefahren bin. Geht geil. Guck mal, ich schiebe auf dich hier. Guck mal. Das geht wirklich, ne? Echt? Ja. Dann bin ich tot, oder was? Ja, Erik, mach das einmal. Oh, Achtung! Mach das einmal. Die machen Reifen schließen, oder? Boah, ich muss mich mal hier auf dem Platz machen. Boah, ich muss mich mal hier auf dem Platz machen. Kann ich zu Kanaten eigentlich abholen? Das sind die Bullen abgut. Ja, super, ihr recht. Herzlichen Glückwunsch, sind sie hinter uns. Verschuldet, mit einem Stern die Dreckung. Als ich dann ist gar nichts. Ich war jetzt... Ach, 182, das Wort favoriert. Nee, ich bin nur irgendwo wenig. Ne, ich bin nur wenig. Ich muss davon kommen viel nach. Ich stehe dauerhaft zu machen. Ja, wir fahren, weil ich über den Ding war. Das heißt, wenn wir dann ausweichen, die Bullen dann. Ihr müsst ja so sein, oder? Ja, weil... Erik ist scheiße, ich weiß nicht. Nee, vor nicht rechts, vor nicht rechts, vor nicht rechts. Doch, doch. Der fährt in die andere Richtung. Vor rechts, ja. Jetzt noch recht, oder was? Ja, entscheidet euch mal rein. Der wurde jetzt über angekommen. 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 Also könnt ihr euch mal entscheiden. Bleib bestimmt. Oh, doch, gut. Ja. Ich würde kurz warten, wenn die Sterne wechseln. Wenn ich sehe, drehe ich mal in die Fahrt. Die Motorhaube fehlt schon. So eine Carbon-Motor, ne? Ja, ne? Kostet 2.000 Dollar. Die kann ich seitenverkehrt fahren. Lass mich. Ich kann das alleine stecken. Jetzt musst du wegfahren. Schnellfahren weg. Ich komme überhaupt nicht. Fahr weg. Jetzt hör rein mal auf, an meinen Kontrolle rumzuspielen. Weil jetzt haben sie uns gesehen. Ich bin auf links, 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 links. Hey, jetzt sind sie wieder die Nachteile. Fahrflug. Fahr equival. Geben bitte. Danke, Mann. Ihr wollt ihr, dass ich fahren. Dann kann ich besser fahren und schieben. Schieben ist ja nachher auch noch ... Ne, schieben ist ja da hin. War nicht so schnell. War nicht so schnell. War nicht so schnell. Boah, der hat mein Auto. Was ist mein Auto? Dort ist rechts rum, jetzt rein. Da rein. Da rein. Da rein, jetzt recht. Boah, der hat mein Auto. Nein. Fahr jetzt links und dann... Ich würde irgendwo eine Satz... Jetzt ist sie los. Polizei los, das war ein Kaufer. Ich schieße auch nicht mehr. Ja, das ist nett. Ja, der ist einfach ausgebrochen. Ja, hab ich mir so, wie du gerade gegeben hast. Das Auto ist schon kaputt. Du kannst nicht noch mehr kaputt machen. Werdet euch gleich einig, wer wir hier auch nicht laufen. Sind zwei Autos? Ich glaube ja. Das war's für dich da dran. Ja und dann steigen wir beide ins Kleid. Ja. Du steigst ja auch. Nein, du. Nein, du. Der ist normal. Wow. Zum Glück war das kein Baum. Alles gut, klar. Doch. Und dann verkalkt durchs Letten? Ist egal. Ja. Aber mein Auto ist schon ein bisschen kaputt. Ne. Bei dem Auto ist schon ein bisschen kaputt. Ne. Jetzt ist aber was kaputt. Bist gleich da? Ja. Ich hab wieder gesagt. Ja. Und dann müssen wir euch. Das steigt mal aus. Ne, pack. Bleibt nicht vorne stehen, Schatz. Fahr mal den. Fahr mal den. Geht da weiter hin? Bleib gleich. Bleib gleich. Geht zum Tastenfeld. Lalalala. Und ihr muss das hacken. Arbeitsplatz. Oder? Ja. Ne, was anderes ist nicht zum Ausdehender, oder? Oh. Das hacken wir nicht mehr an. Externes Medium. Oh, es ist wichtig. Hack und Exdeck. Ach. Was muss ich jetzt machen? Du musst bei meiner richtigen Lichter mit dem Link holen. Weißt du? Umsteigen? D. D. Alles was rotes, oder nicht? Oh. Von vorne. 50 Sekunden Zeit. Dad. Oh, ey. Nick. Und dann beim letzten Fall kack ich sie dann. Wird das schneller? Ja. Das ist los halt. Geschafft. Okay. Jetzt rauf renn und die Autos holen. Renn rauf. Genau. Doppelix nimmer getrunken. Dort sind die Autos. Ah ne, die sind rot. Unterten geht's noch. Da sind die Autos. Links sind die Autos, ne? Nimm den ersten Wagen. Ja, das erste was sicher dran ist. Ja, drei. Und dann läuft mal noch. Ah, ich bin dem Dings im Doppelmodus. Dem Bett lebt. Erik, dem Bett lebt. Los, ihr müsst dann weg. Ich dub die ganze Zeit. Ah, ich bin auf die Stimme auf der Ecke. Wieder zwei Sterne. Linker Räuchchen. Ja, Linker Räuchchen. Ja, rechts rumgefahren. Okay. Ja, genau. Ihr müsst jetzt mal die Buhl abschüllen. Fahrer vom Link um. Ich fahr jetzt her, rechts. Weil der hat den nicht gefahren. Kann man sich teilen? Was? Der hat mich einfach gut. Oh, der war uns. Der hat sich gut gemacht. Der hat sich gut gemacht. Der hat sich wohl in den Gag. Wie müssen jetzt die Buhl loswerden bei dir? Ich bin wohl mal. Schlapp, abschnein, abschnein. Nein! Geh vor, schlag auf. Ich steige hinten. Warum? Mach dann, wenn du den Buhl weg. Nein, zerreiß. Der steht nicht an den Weg. Nein! Okay. Schlapp davor. Hier kommt die Buhl, schlag ein. Ich bin ja schon dabei. Was gibt's denn soäurt? Ja, die soll ja. In den 안enstein. Hast du ja noch nicht gemacht? Hm. Nur Erik schuld! Ich bin noch gar nichtgekommen zum secondar. No, der ist mir noch gar nicht vom Zweifel. Und eric depende langsame Auto? Mir kнев egal! So được halt hijos? Nein, nimm dir Fingern noch mal weg! Ich würde die Maske auchmach halten! Wen interessiert denn diese scheißmaske? ich bin schon groß erik hat gar nichts geschafft jetzt in stadt direkt rein steht hier gut zentrum oder was ja der wagen der bricht dann dauernd aus dass es auch mal was machst du denn für eine scheiße ich darf überhaupt nicht hören links links was wohl auch gesagt aber ich sage es gibt zu viel gas sicher ich bin schon schneller fahren als er gibt noch mehr gas die hat den knall rausgeholt hast du den gesehen du willst den boot immer dran wo fährst du dir nicht hören das könnte dir jetzt nachhelfen ein auto wurde von er weg es ist mal eine gute spendung sicher steht ich bin überhaupt nicht schlecht das ist schon gelten da oder da oder man wieso was machst du denn diese feiche man so eine scheiße rein um nicht zu verstecken ja auch nicht zu verstecken das ist eine sack das ist nicht recht ja weil irgendwo ja weil herrscht dort auch dann dauernd hier muss man ich muss gar nicht weit allein links von nach mir rot nächste linken wenn da keine bunten da bist du klein dann mehr von den gelben jetzt sind sie wieder weg jetzt musst du dich irgendwo verstecken fahr gib gas gib gas in das auto und fahr jetzt gleich hier weiter dann oder auf rechts rum hier rechts rum hier rechts rum hier rechts rum hier rechts rum und dann damit wir wieder links rein in links rein Links rechts da rein genau da rein ach tost was kurz warten kurz warten ja kurz warten und dann passiert wieder nein du musst nur aufs radar achten dass hier niemand kommt geschafft so gib gas und dann musst du jetzt zu dem guten Punkt Ja, jetzt stellst du dich genau vor dir, oder was? Du willst verfeiern. Ey, wo war die? War doch Superdimension. Nur wegen Erik, ey. Ja, überhaupt nicht. Ja, typisch. Direkt rum. Ihr habt's doch gut gemacht beide. Ja, aber er ist die ganze Zeit meckern, ey. Ja, natürlich. Das ist mir. Ich hoffe nicht mehr. Das ist gleich besser geworden, ne? Ja, ja. Ja, nein, nein. Das ist schwierigere Auto. Ja, das ist viel bessere. Übelt sich der Erskarfer. Ich kann nicht weg. Der hat da auch rausgebrochen. Wenn ich so mit einer Schleuder fahre, würde ich lieber aufpassen. Ausreden. Ich meine, du brauchst die langsamer. Aber der kann ja nicht passieren, wenn er langsam fährt. Und könnte lassen sich das wieder im gleichen Spiel sein. Na, von uns hat's die Kraft kommen soweit. Hat's geklappt? Naja, da wollen wir wohl so viele Kinder vernehmen. Ich bin aber allein. Du weißt nicht, ich bin aber höher. Wir können dann nochmal ein Auto nehmen. Lass doch mal an. Lass doch mal an. Lass doch mal an. Ja, Autofahren kann ich, aber ich kann nicht schießen. Nein. Da musst du mal nebenbei mitfahren. Schießen ist doch nur jung. Nein, ich meine, das ist einfach um mich fahren. Da ist das um mich schießen. Ja, wieder wieder Fahrrad. Ja, da fahr ich dann. Oh, dein Ding ist so. Ich hab'n, ich hab'n, ich hab'n das mal voll ein. Ich hab'n, ich hab'n voll ein. Ich hab'n voll ein. Ich hab'n recht. Irgendwie mache ich nicht mehr Geld. Hattest du nicht noch einen Anruf von Simon? Ich hab'n voll ausgedacht. Ich hab'n keine Jobs. Hast du nicht noch einen Job von Simon? Ja, das ist jetzt Level 6. Nee, hab'n schnell. Ja, nein, ja. Du bist jetzt allein in einen Game, das ist geil. Das liegt ja echt ein Passant. Ja, die hab'n schon. Ich hab'n gleich Angst machen. Aber die liegt jetzt anders als die. Na, komm'n gleich Angst machen, jetzt kommen sie in den Raum zu ein. Ehrlich? Guck mal zu, bitte. Jetzt kommen sie angefahren. Jetzt dreh um, dreh um. Echt? Ja, 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 jetzt sind sie nicht mit. Wie viel ist das denn? Ich brauch'n Motivierung, da kommt sie in die Gefühle. Boah, ich wiegt sie ganz woanders. Bei mir liegt sie richtig. Ich hab'n ja gesagt. Wo haut der jetzt ab? Ja, weil ich schickte Boxer, jetzt hat er Angst gekriegt. Nein. Ernst mal, das helfen sie gar nicht, ne? Geht ja auch, ne? Ich komm'n ja voll mit dem Auto. Kannst du Leute retten damit? Ich glaub'n, du kannst auch mit dem Online-Modus retten. Kannst du denn? Du dich warn'n. Ja, mach'n mal. Mein Freund, glaubst du wirklich deine Vorstellung? Kannst du denn... Oh, ernsthaft, ne? Guck'n mal. Kannst du Leben retten? Ne, du hast ne SMS gekriegt. Hä? Du hast ne SMS-Operan? Ja. Ja. Welche Ideen willst du retten damit du... Ne, das geht nur um einen, die Spieler färfen. Ich schick'n. Ich schick'n. Ich schick'n. Fahr'n mal um und hält'n. Ach nee, das geht doch gar nicht. Wir nehmen das doch mal in der Sonne an. Scheiße. Aber dann nehmen wir gleich'n anderes Auto, oder? Ich schick'n. Ich schick'n. Einfach drummeln fahren auf'n Kranfall. Den zieh'n mal aus'n Auto raus. Bestimmt einfach spielen. Tschüss. So, fährt der nächste weiter drauf. Scheiße, wir haben einen Stern. Wir nicht, du! Scheiße. Ich schick'n mal kurz weg, Maarten. Und dann wird's in die Mission 1, ist dann der Stern weg? Solange und wie du ihn nicht gesehen wird, kannst du an ihn. Okay, ich mach'n. Ich geh'n jetzt dröhne, oder? Ich geh'n jetzt dröhne, oder? Hält er um? Oh, jetzt komm'n du scheiße. Warte! Oh nein, 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 nein. Mütteran, ich mach'n nicht abgeschňppt. Komm'n ja, ich hab'n jetzt ein ... Ja, ich geh'n. Ja, ich geh'n. Ich geh'n. Öh, kost'n 500! Dann bleib' erst mal irgendwo stehen. Ich hab'n. Ja, ich geh'n. Ich geh'n. Ich hab'n. Du versteht'n. Ich hab'n. Ich hab'n. Ich hab'n. Hör'n! Ich hab'n. Ich hung'n. Ja. Hör'n! Ich hab'n. du hast nach wie vor einen Stern an der Bank oder? wenn du nach dem Auto einsteigst dann sehe ich dich nicht ich werde Stern sofort rechnen, alle Sterne weg alle Sterne sofort rechnen das hab ich ja vorhin bei dir gewollt die fanden mir alle Ohren der Stern ist immer noch da ja das kann nicht sein ja der hat sich so eine Scheiße wieder auskriegt ich weiß nicht wo hin hat das hä? Sterne war nicht gerade weg nein war nicht weg aber das geht ja nur in Kombination mit Wechsel von Masco oh die kleben nun an der Rand ooooh das bleibt doch so nicht bei dir nun bin ich jetzt nicht auf den Pool bin ich überstanden? ging grad rein für den Packer öh und das kriegt sogar fast das hat die dann kann ich ja mal gute Teile dann kann ich ja mal gute Teile das bin schön ja ich bin vor dem Meer ja ich bin da ja ich bin da Also dann guckst du aber nicht von mir. Du hast halt etwas stehen. Mach ich ja runter die Brücke. Dann ist das gleiche, dann ist das gleiche. Jaaa. Oh oh. Super. Perfekt gemacht. Ich dachte, du darfst mich auch nicht nachdenken. Der kommt dir entgegen, wenn ich nachdenke. Alles Beste. Anni.